Mit welchen Kameras fahrt ihr? Haube. Ja, Dito. Ich freue mich, ich brauche ein Cockpit. Das ist doch hier so eine Driftstrecke aus dem ersten Teil. Das sieht bald so aus. Gab es doch immer diese Driftstrecken. Boah, Alter, bleibt der da mitten auf der Straße stehen. Sam Clark. Aber sowas von. Macht der gerne. Ja. Ich könnte KM es lösen. Ich glaube, ich habe gerade das gleiche fabriziert wie Rizkai vorhin. Auch wieder schön auf die Räder. Können die keine geraden Straßen bauen? Was geht denn hier? Ja. 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 Ich bin dabei mit dem Fahren. Ich werde hier letzter. Ich habe eigentlich einen Totalschaden. Dass das Auto noch fährt, ist ein Wunder. Ich habe nicht zu sehr mit der KI gebattelt. Aber du hast recht, es ist so streckig aus dem ersten Teil. Ja, ich glaube von der gibt es auch vier oder fünf Varianten. Ich muss so heftig gegen lenken. Ist nicht mehr schön. Ich stehe das ganze Mal auf dem Lenkrad vor. Ja. Jetzt kommen wieder Harald Kurven. Das ist gut. Ja. Da ist ja wieder Paco Fernandes. Oh Gott, ich habe schon ein gelbes Dreieck. Okay. das ist anstrengend und jetzt heißt es warten auf das zweirad im zweifel das habe ich nicht mehr aber ich habe noch alle rede